Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Alma Missouri im LS22. Ja, äh, ihr habt es in einer anderen Folge schon gesehen. Das, was wir uns zur Verfügung gestellt haben, war kein Rübenroder, nein, es war ein Kartoffelroder. Darum habe ich es wieder so gemacht. Ich habe uns das dementsprechende Gespann gekauft. Ich verrechne das nachher. Das andere steht auf dem Platz und passt mal, ich zeige euch mal was. Ich zeige euch mal was. Wir gehen rein in den Shop. Ich bin hier reingegangen, hatten gesagt, kaufe ein. Passt mal auf. Wollen wir noch ein paar Silageballen dazu haben? Ragt mich nicht. Ich bin gleich in die Folge rüber. Ich habe mich ein- und ausgelockt, weil ich habe Angst. So, das heißt, ähm, er quillt sich hier am Beckenrand. Weil er ist auch voll, oder was? Das Feld ist nicht schön. Es ist nicht schön. Ich schätze mal, er versucht, bingen abladen, oder? Ach, das sind wieder diese wunderhübschen Vorgewende-Geschichten. Ja, ja, äh, ja, jetzt habe ich hier natürlich genau... Leute, 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 sagt mal. Kann doch nicht sein, oder? Kann ja, ich hinten die Deckenplaner aufbauen. Abkipps-Seite, Fahrtrichtung, Abdeckung öffnen. So. Äh, ich bin gerade mit überlegen. Ich habe noch den Maisabfahrer, habe ich auch noch, ne? Ich möchte ja auch gerne erstmal die Ballenauftrag, den Baumwollenauftrag beenden. Passt mal auf. Ich koppel mal hier einmal ab. Ich koppel hier mal ab. Äh, ja, koppel mal ab. So. Ich bring mal rein hier in die hübsche Stube. Dann gucken wir mal, wo sollte das jetzt nochmal hingehen. Boah, das gibt's doch gar nicht. Okay, was ist denn hier los, ey? Aber ja, gut. Äh, Rüben. Ernte. Ernte. 26. Zucker, Rüben. Und dann Verkaufsargument Getreide. Okay, da kommen wir mal klar. Ah, Freunde. So. Ähm, genau. Shop. Nein. Feld. 26. Shop. Kauf Getreide. Vorsichtshalber mache ich hier Rüben. Wie gesagt, ich glaube, ich muss es nicht. Das war's. Und das, ne? Ne, Zucker, Rüben. So. Dann würde ich sagen, springen wir einfach mal durch. Gut, du bist gleich. Du wolltest aufgefüllt werden. Äh, ah ja, genau. Äh, so. Mit dir mache ich das Gleiche. 26. 26. Und. Ach, scheiße. Ne, ich weiß jetzt, was falsch gelaufen ist. Ich hab da was Falsches eingeklickt. Ich muss da den Drescher anklicken. Ah ja, ist ja kein Problem. Äh, Verkaufspunkt. Was hab ich jetzt gesagt? Verkaufspunkt. Verkaufspunkt. Geh hier Rüben. Dann aber. Hier. Das muss ich. Richtig? Richtig. So. Ja, pass mal auf. Du warst falsch. Entschuldigung. Ich muss so tun. Mach einmal aus. Ich mach einmal wieder an. Okay. Okay. Ich bleib mal einen Moment hier. Dann füllen wir unser, unser Vidiculum auf und dann. Oh, okay. So. Mal auf. So. Mach ich erst einmal manuell. Weil das sieht nicht so aus, als ob das hier gut wird. Bleib hier stehen. Bleib da stehen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Das ist ganz wichtig. Hauptsache, ihr habt Spaß. Weil ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was hier so viel durcheinander bringt. Oh, das war so klar, ne? So. Fahr los. Tu Dinge, Mensch. Ich lass den erstmal losfahren. Damit ich hier einmal wieder Ordnung reinkriege. Weil das geht ja gar nicht. So, der, 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 der. Moment. Ich wollte da hin. Ja. So. So, jetzt lasst uns Kaltstopp zurück. Einmal den aufladen jetzt. So, wir fahren da jetzt mal hin. Los. Hü. Ich denke, es ist hier mal was läuft. Ey. Weil ich habe nämlich Angst, wenn ich jetzt neu starte, dass das alles in die Kurze geht. Also, ich möchte das da jetzt nicht abkoppeln. Ich lasse den jetzt so stehen. Spring da rein. Ich weiß gar nicht, ich mache da das automatisch, wenn ich da ranfahre. Ich mache das mal so. Das macht er aber nicht, weil... Muss ich das essen? Ah, das war... Das hat doch jetzt schon aufgeklappt, ne? Hüllen war doch eigentlich immer mit R, ne? Ach so. Es kann natürlich sein, dass ich in der Kaffee sitze. Ach, Leute. Ja, einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Und ich habe gedacht, das läuft. Kannst du hier vorne an den Rand stellen? Spielt keine Rolle. Eigentlich hätte ich auch da hinten bleiben können. Na, der hat sein Vogelwände schon fertig. Ja, es ist... Ein little bit nervig. So, genau. Ich will nicht. Da werden auch noch so viel rabout sein. Wir werden jetzt hier erstmal... ... die Baumwolle runterpflücken. So viel dürfte das ja nicht sein. Der muss schon wieder entladen werden. Ja, wissen wir. Ist ja nicht so ein großes Teil. Das wird sich aber noch einpendeln. So, war das hier? Ja. Muss der Anhängseln. Da. Ah, ich fahre da. Ich fahre hier aber ganz vorsichtig rauf. Da sind wir aber mit dem Hüpfer rauf, oder was? So. Wo ist denn das nächste Stückel? Da. Also ich schätze, zweimal werden wir bestimmt noch fahren müssen. Na gut, vielleicht da oben auch noch welche. Also ich kriege ja mal drei Stücke rauf. Wo sollte ich damit eigentlich hin? 5P-Transport. 5P-Dings, ne? Wäre ja schon froh, dass er mir hier die... Ich schaue einmal. Welt... Verkaufspunkt Vieh. Natürlich Verkaufspunkt Vieh. Er ist so geklappt. Ja. Das mit muss entladen werden, dauert ja auch schon wieder ganz schön lange. Was da schon wieder los ist, das klappt doch auch. Ja, aber das sind wieder diese Dinge, da musst du erst mal sehen, dass das blöde Vorgewendet klarkommt. Du bist wahrscheinlich steckt da schon wieder irgendwo fest. Ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sch- Das ist das... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. 26. Ich glaube, ich werde gleich die Kartoffelruder erstmal fahren. Nee. Rapp ich ja nicht so ganz. Muss ich auch nicht. Seht ihr? Und wenn ich alles alleine machen würde, würde ich gar keine Probleme haben. So, dann war er gleich ganz schnell weg, sonst rempelt er dich wieder an. Kacke, ich wollte das auch in der anderen Seite. Ich habe mich da wieder vertan. Also die Abladesaite ist meine Schuld. Das habe ich wieder völlig verwaselt, ey. Hau ab, hau ab. Trotzdem verstehe ich nicht, warum nicht einer losgefahren ist von den Jungs hier. So, mal sehen, ob das hier klappt, wa? Wir gucken mal. Aber eigentlich schon, weil der die Ladung eigentlich runterschiebt. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Das ist schon mal sehr gut. So, er fährt auch los. Ich bleib mal lieber hier. Das wird sowieso hier nichts am Rand. Scheiße, ich hätte ihn drehen müssen. Okay, und das verstehe ich jetzt nicht, warum er das macht. Also ohne Scheiß, Leute, ich glaube, ich glaube, dass mein Rechner das nicht schafft. Ich glaube, dass tatsächlich, dass mein Rechner das nicht schafft, alles zu verarbeiten. Aufnehmen, das Spiel spielen. Muss ich ehrlich sagen. Also ich sag mal so, das ist jetzt nicht der Schwächste, aber auch keiner aus der Hölle oder so. Weil, das kann nicht mehr sein, hier sind so viele Fehler drin. Weil ich habe doch, ich habe Feldkurse gefahren. Alle da, alle super. Also ich habe wirklich jetzt langsam das Gefühl, weil hier einfach zu viel durcheinander fliegt. Und ich meine, aufnehmen, rendern oder so, das gehört ja alles. Das muss der ja auch alles machen. Und hier habe ich doch auch. Ja, Feldkurse, alles gemacht. Oder halt, der hat jetzt richtig einen an der Matratze. Ich möchte aber, wie gesagt, erstmal den Baumwollauftrag machen. Und wenn der dann fertig ist, dann werde ich hier nochmal starten. Das ist mir egal, wenn das wieder... Wo die Hunde geht. Dann starte ich das Spiel nochmal neu und dann gucken wir mal. Ein bisschen merkwürdig. Ich finde das echt merkwürdig. Weil das doch auch schon so gut geklappt hat. Ich meine, jetzt hier, weil das so eng ist, alles gut und schön. Ich weiß nicht, ob er vielleicht deswegen den Weg nicht findet. Ah, ich könnte aber was sagen. Wart, wart, wart. Buchtumfahren. Nein. Ach, das müsste ich auch alles noch einstellen. Das hat... Ah, ich vergesse das immer. Matris, nein, nein. Ja, ja. Feldausfahrt hinter dem Anwenden. Der fährt da. Da können wir mich gleich drüben. Du bist der Neue. Pass mal auf. Das gucken wir dann auch gleich nochmal nach. Abfahrer aufs Feld begrenzen. Während dem aktiven Abladen ächzeln darf nicht über die Feldkanz hinausgefahren werden. Ich mach das mal. Was tut es denn jetzt? Wo will er denn hin? Ja, er hat natürlich einen großen Bogen. Ist klar. Versuch mal erst jetzt so. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Er muss hier echt Dinger einstellen. Ja, gar nicht. Da wollte ich nochmal einstellen. Ich versuche das hier auch nochmal. Das Feld begrenzen. Boah, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Äh. Ja, okay. Nee, ist nicht okay. Habe ich bei Feld 30 keine anständige Feldeinfahrt? Boah. Auch aus der anderen Richtung? Ich meine, ich müsste eigentlich. Oder ist es wirklich hier, dass hier absolutes Chaos ist? Wir machen das jetzt mal schnell zu Ende. Da dürfen nicht mehr viele Ballen drauf sein. Dann schließe ich den Auftrag ab. Dann stoppe ich alles. Dann starte ich neu. Weil, ey, was ist hier richtig in der Grütze? Ey, wir kriegen Ballen, die kriegen wir nicht. Ich meine, die sind da nur. Ach, Mann, ist das schade, ey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Rechner das nicht schafft. Ich meine, wir haben jetzt so viele Ballen hier gar nicht. Wir haben ja nichts Großes, das sind rum. Die hätte ich jetzt gesagt, wir hätten hier 50.000 Ballen, 30.000 Holzstämme. Hm. Hm. Oh, nee, 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 nee. Das Graben ist so schlecht. Das ist ganz schlecht. Mal gucken, gleich fängt sich das Ganze ja auch noch. Weil andere haben kleinere Rechner und das läuft alles. Ah, stimmt, eine Mod-Kollision. So, wie viele Ballen haben wir denn effektiv jetzt noch? Haben wir denn jetzt noch? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Ah, da ist auch noch ein. Also, wir haben jetzt noch eins, zwei, drei, vier. Fünf. Dann würde ich sagen, ich schicke niemanden wieder los. Lass uns den einfach mal losschicken. Ich hoffe, der kriegt das ja wohl hoffentlich hin. Und wir gucken uns mal an, was hier für Dinge passieren, für Schlimme. Ich bin immer froh, wenn so die ersten Vorgewände und so fertig sind. Dann. Damit hier Platz ist. Dann ist das schon gut. Oh, echt jetzt? Komm, ey. Aha. Ist auch nicht. Alter. Ich drehe gleich durch. Echt. Ist der zu hoch hier, oder was? Ich nehme den klein. Ich nehme den klein. Meine, was ist jetzt hier denn los? Ey, das gibt's doch gar nicht. Ach, komm, ey. Das geht nicht. Da hinten läuft. Ich nehme den. Der ist zu hoch. Ach, Mann. La, 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 la. Was soll's? Ich hätte mal doch hier, ähm, sehen sollen. Mit unserem kleinen Fendt. Leute, 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 Leute. Ich bleib mal hier. Moment. Wie sieht's denn aus eigentlich hiermit? Haben wir hier was? Ne. Ich bin ja eh erst 14 Uhr rund. Ich bleib mal einen Moment hier drin sitzen. Ich gehe mal in die Einstellung. Zeige mal. Kraftstoff sparen. Fruchtumfahrung aktiviert. Nein. Ah, nee. Nicht viel verlassen. Also, dass ich rund gemacht hab, das passt hier auf der Ecke ja wie Arsch auf Eimer, ne? So, das gucke ich mir mal an. Das wird auch nix. Oder? Das sind doch zu viele Bäume. Das wäre doch nie was. Die springen in den Trecker. Okay. Welcher Trecker fährt? Keiner. Auch nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich, weil kein Platz ist, oder was? Ich mach's schon. Bewegt euch nicht. Ah, wie gesagt, den Schuh muss ich mir anziehen. Ich hab tatsächlich die... Ich hätte doch andersrum fahren sollen. Das hab ich versemmelt. Hab ich nicht gesagt, er soll stehen bleiben beim Abladen. Ach, Mensch. Herzlich willkommen hier in meinem Cordplay-Himmel. Nachdem accomplishments. Ach, Gott, ich war. Bin K diss. Ich habe mich nach eine floatzinha Show. Auch bei uns? orta. Hierzu. Bundeskannot. Duy, ich bin. Jesus. Diab. Nachhause. argentivat. die machen mich schwach ernsthaft die machen mich schwach leute ach das sogar noch der falsche die ich jetzt die nicht drinne spinne er fährt zurück das ist schon mal gut wir bleiben mal lieber noch ein bisschen hier ich gucke mir das ganze hier mal an vielleicht sollte ich das den selber fahren erst mal aber ich will ja sehen dass ich den ballen sammler da wegkriegt er sammelt ja leider die ballen nicht alleine auch sonst hätte ich den hier die ballen sammeln lassen sollen und hätte hier rüben gefahren wir machen skinshoot ich habe so was für ein kapastrophenbild oder so er ist ja gleich schon wieder voll wo ich mal gespannt ob sich hier zu irgend einer bewegt und das auch klappt ich weit hier ist platz ohne ende da steht einer so der fährt los ja ich weiß warum heute ich weiß ich weiß jetzt warum ist sich seine schuld ist meine einstellung natürlich wartet also auch erst mal machst du aus so da fährst du wieder zurück doch doch ist ja klar warum fahren sie nicht das werde ich gleich noch einstellen dementsprechend wieder aber jetzt beim vorgewinne ist das ja dämlich weil ich bin jetzt nicht auf dem feld ich bin doch jetzt nicht auf dem feld darum fällt ausfahrt bis hier ich habe doch hier gesagt brucht und farm abfahrer nein anwenden zack so jetzt kommt der nächste mal hans hier dann machen wir das gleiche so erstmal zurück dann fährst du erstmal weg ja läuft 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 aber nein anwenden und tschüssinger so und der fährt jetzt wohin der dreht bestimmt jetzt zur ausgangsposition weil ich wieder neu gestartet habe so dann kommst du guck mal ja 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 wenn wir gleich die nächste also wenn ich das helfen kann dass der wirklich auf dem feld bleibt dann kann ich das einstellen so ist natürlich logisch so geht es natürlich nicht genau der ist halt hinten bloß einmal in die ausgangsposition gefahren so jetzt will ich nur mal gucken das ist so 72% voll ja gut sind zwei abfahrer ist das völlig wurs so das mache ich aus das übernehme ich jetzt wieder weil das funktioniert ja auch irgendwie mit dem ball nicht ach teste ich jetzt auch erst gar nicht hier unten lag ja keiner mehr nein so hier wären es noch zwei touren sprich in der nächsten folge werden wir das beenden hier ich hole den mal von ganz unten denn vergesse ich den wenigstens nicht ach nee komm ist doch nicht dein ernst ey das würde mich ja mal interessieren wenn du so ein riesen ding nimmst das wirklich mal runter holen Leute na man die lade laden wagen wagen laden jetzt hier noch eine meinschaft die voll ich spring rüber und ihr seht dann wie wir das hier in der nächsten folge beenden dann hoffe ich doch dass das alles funktioniert so da haben wir noch zwei oder drei ballen naja gut das oben mit dem grünen das ärgert mich halt weil ich wieder ich hab noch schon gedacht aber ich hab falsch rum gedacht gut Leute also ich schicke ihn wieder los ich gucke mir das bei den Rüben an wir sehen uns morgen hoffe ich hoffe ihr hattet Spaß in Maruks in Chaos macht's gut euer Maruk ach wenn das nicht so viel Spaß bringen würde ich hätte schon lange in die Tonne geschmissen